Wer ist jetzt? Komm, lass uns unten den Namen hopsen. Den Kollegen Raidus. Mach mal her, Bro. Ist da auch ein deutscher Content Creator der Raidus? Der ist auch sogar bei mir im Spiel. Aber du krieg B. Boah, Alter, die One-Shot auf mich halber. Er hat noch Ulti. Ein Minion hinten. Jetzt, der mit Dex, Ulti. Die Wehen. Darius! Darius! Entschuldigung. Oh, du hookst und dann hab ich Ult. Okay, ich Ulti. Jetzt, 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 jetzt. Weg mit mir. Knipp den Scheiß. Ja! Ja! Nope! Fucking Mic Drop! Der Gedanke war da. Einfach in Tolki ins Zimmer zu gehen. Ihn im besten Fall K.O. zu hauen. Im schlimmsten Fall weiter zu gehen. Und alle seine T1 Sachen zu klauen. Die, also, es war in meinem Kopf. Also, der Dämon war da. Also, ich schaue schon vor seiner Tür. Wir haben es nicht getan. Und ich freue mich sehr für Tolki. Insane! Ich liebe Brookie! Und... Das ist auch so cool! Ihr müsst zuhören, was Schocks jetzt sagt. Weil das wusste ich auch nicht. Oh, es ist wegen seinem Nickname? Ja! So, hier dachte ich. Schocks Troll. So, hey, was ist mit seinem Nickname? Schau wir mal her? Ja, natürlich. Aber du weißt, du weißt, Broek in Dutch is Pants. Ist es? Ah! Broek in Dutch is Pants. Ich werde Broekie und seinen Namen nie wieder mit den gleichen Augen sehen, seitdem ich das weiß. Er ist einfach der Hosenmann. Nope. Oh! Sorry, Alter! Ich hab den Druck gebromst! Ich hab den Druck gebromst! Ja, ich... Da ist der White Champion nicht so richtig useful. Aber wenn sie nochmal Passive Proc mit Ult oder so... Nice! Da ist der Passive Proc von Ult. Oh! 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 Meine Augen! So, generell, wenn ihr meinen Stream schaut, ist die Hose an oder... Oh Gott! Das klang sehr, sehr... Oh mein Gott! Das war nicht komisch gemein! Oh mein Gott! Das... Ich hab an Broekie gedacht! Fuck off! Wichtig hier, was wird der Sinny bezogen, ne? Sinny wird jetzt sagen... Ha ha ha! Cosplay! Ha ha ha! Killer! Sex! Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Sieb! Uuuhuuh! Schia patapa duuu! Okay! Hier! Oh ist der Ghost drauf? Ich hab Jump in 3, Jump in 2... Zack! Oh! Wie nehm man denn da? So, nämlich! Ach, sie drin! sie ist weg! Soll ich jetzt einfach machen? Oh, Scheiße. Oh, ne. Okay. Ihr seht die Decke hier hinten, ne? Okay. Ui! Oh! Der klebt! Oh, der kommt gar nicht mehr runter. Na gut, hast du vorher die Klöße gegen die Decke geworfen. Wer hat meinen Pentas zerstört? Ja, ich hab ihn wahrscheinlich wieder gedacht. Ich hab ihn nicht. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott! Großen Respekt. Wie zum Fick mit den Bindings, ne? Kann die Frau es geschafft haben, Master zu kommen mit Eddie Curry, so 300 Punkte oder so, und dann mit 1 Toplane auf Rollswap. Ah, warte. Natürlich. Sie ist deswegen geklimmt, weil sie nicht flamen kann. Kann ja nicht flamen. Also, kannst ja nicht schreiben, wenn du das tust. Kannst ja niemanden beleidigen. Geht ja nicht. Ich hab ihn nicht.